Ja, dass man vielleicht von außen so sieht, bin ich ruhig. Ich war echt nervös und bin ich zehn Jahre nicht bei der Bundesliga gewesen, bin ich wieder da und ich wollte gerne dabei zu sein und ich wollte nicht das zeichnen, bin ich einfach so nervös gewesen, dass meine Mannschaft auch schlecht wird danach, Trainer zittert und wir sollen auch und so weiter. Ich wollte zeigen, dass Fußball kann alles passieren, es gibt was nicht unmöglich und so diese Sache. Ja, wir sind nur sechs Tage zusammen, wir haben schon zwei Spiele gemacht, zwei Siege. Ja, man kann sagen, dass es läuft, aber das ist vielleicht nur so eine emotionale Reaktion vom Verein oder von der Mannschaft, weil es kommt ein neuer Trainer, ein neuer Trainerstab und jeder wollte sich präsentieren, auf diesen Grund vielleicht kriegen wir so einen Impuls. Sonst natürlich sieht jeder unsere Defizite und wir wissen das, wo liegt das, wo müssen wir und wann müssen wir verbessern, wir machen Analysen, wir machen alles, trainieren wir ein bisschen ständig und so weiter, also wir arbeiten akribisch und so weiter, kann es so sein und versuchen wir unsere Situation nicht nur mit punkten, sondern auch spiellich verbessern. Und dann wird das, wo wir machen, wir machen die Abenteuerung. Wir machen die Abenteuerung.